Zu unserem letzten Beitrag. Es war oft eine fantastische Welt, in die wir als Kinder durch unsere Märchen und Bilderbücher eingeführt wurden. Es mutet nicht weniger fantastisch an, wenn wir heute Zeichnungen oder Stiche von uns fremden Pflanzen und Lebewesen der Urzeit sehen. Lebewesen, die vor Jahrtausenden auf unserem Planeten existierten. Überdimensionierte Bäume und Tiere, die es längst nicht mehr gibt. Ich hätte bis vor wenigen Wochen nicht geglaubt, dass es möglich sein könnte, solche Pflanzen und Tiere aus Vorzeiten in unsere Wirklichkeit heute zu holen. Es ist machbar. Unser Bericht von Horstlein-Heisterkamp zeigt, wie und wo das geschehen ist und welche... Guido Ebner und Heinz Schirch. Zwei Wissenschaftler des Bereichs Forschung und Entwicklung eines der zehn größten Chemiekonzerne der Welt. Das schweizerische Unternehmen verkauft chemische Produkte und Dienstleistungen in drei Marktbereichen. Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie. Es handelt sich wirklich um eine wissenschaftliche, das darf man ruhig so sagen, um eine wissenschaftliche Sensation, wo Sie heute den Schleier lüftet. Das ist bis jetzt unverschluss geblieben. Eine wissenschaftliche Sensation. Sie können Pflanzen so wachsen lassen, wie sie vor Jahrmillionen gewachsen sind. Also Pflanzen, die heute gar nicht mehr so wachsen, konnten sie wieder Jahrmillionen zurückverfolgen. Wie haben sie dort einmal ausgesehen? Und auch da können wir das Geheimnis lüften. Das ist eine Form und an einem für sich ist das eine gewöhnliche Wurmform, wie jeder man kennt. Und Sporen von so einer Wurmform haben wir behandelt, wiederum im Elektrofeld. Und was rausgekommen ist, ist das. Und das ist also eine Pflanze, die jetzt in dem Jahrhundert und im Jahrtausend ein Sohn noch nie gewachsen ist. Man hat einen Hinweis darauf, denn es gibt solche Fahnen, die in versteinenerter Form im Boden wiedergefunden werden. Auf diesem Bild sehen Sie eine solche Fahne und wenn Sie die Blätter anschauen, sehen Sie auch die Übereinstimmung einigermassen. Aus einem Wurmfahnen mit seinen gefiederten Blättern war ein Hirschzungenfahnen mit rund zulaufenden, zungenartigen Blättern geworden. Einige Sibagaigi-Wissenschaftler nennen ihn Urfahnen. Pflanzen aus vorgeschichtlicher Zeit, vielleicht aus der Zeit der Saurier, vielleicht auch aus der Zeit davor. Die Wissenschaftler können nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls ist es ein Zeitsprung zurück in der Evolutionsgeschichte, mit Hilfe von Sporen unseres gemeinen Fahns, also Fortpflanzungszellen aus der Jetztzeit, behandelt in einem elektrischen Feld. Ausgeführt in den Forschungslabors des Basler Chemiekonzerns. Was vor vier Jahren der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, ist nur ein Teil der Versuche. Experimentiert wurde auch mit anderen Pflanzen, sogar mit Fischen. Hier Sibagaigi-Vorstandsmitglied Heimo Brunetti mit herkömmlichen Gewächsproben. Beispiel Mais. In den Schälchen, Kunst, Erde und Wasser. Maiskörner werden eingelegt. Sibagaigi-Forscher Heinz Schürch bereitet einen Versuch vor. Statische Elektrofelder. Spannungsfelder, in denen kein Strom fließt. Es herrscht Gleichspannung von einem bis zu mehreren zehntausend Volt, je nach Versuchsanordnung. Was vielleicht Alchemisten vor Hunderten von Jahren erträumten, wird hier Wirklichkeit. Der gängigen Lehrmeinung zum Trotz. Eine Nobelpreis verdächtige Entdeckung. Für drei Tage werden die Maiskörner in den luft- und wasserdicht verschlossenen Schälchen in das statische Elektrofeld gestellt. Danach wachsen die Keime wie jede andere Pflanze im Topf oder im Gewächshaus weiter. Das Ergebnis nach normaler Wachstumszeit. Der Mais erinnert sich offensichtlich daran, wie er früher einmal beschaffen war. Keine Genmanipulation, keine Chemie. Vermutete Vorteile? Höhere Keimungsrate, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und hartes Klima, keine Agrogifte. Mais heute. Eingesetzt werden Hybridsorten, also Mischlingsorten, hochkultiviert und hochempfindlich, deren Samen nicht verwendet werden können. Das heißt, der Bauer muss sein Saatgut jedes Jahr neu kaufen, nicht nur für Mais. Die Saatgutproduktion wiederum wird von multinationalen Konzernen der Nahrungsmittel, Agrochemie und Mineralölindustrie beherrscht. Dieselben Konzerne, die auch Dünge, Pflanzenschutz und Unkrautvernichtungsmittel an den Landwirt verkaufen. Für die chemische Industrie ein Milliardengeschäft. Zum Beispiel auch mit den Sibageigi-Mitteln Gardoprim, Dual und Anufex, eingesetzt unter anderem bei Silo und Körnermais. Es ist die Chemie, die die Art und Weise der Landwirtschaft und der Ernährung bestimmt. Spätestens jetzt wird schlagartig klar, was die Sibageigi-Versuche eigentlich bedeuten.